wir waren heute in der massen kraft höhle was man es war und haben was gefunden erstens ich bin so ich bin so aufgeregt ich bin so aufgeregt ich bin so aufgeregt ich bin dabei all das irgendwie ist es verstörend der mitarbeiter aber auch gut so wissen wie die kleine damals aussah das ist simi aber interessant ja 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 links lang überrascht hallo hallo weitergehen das ist ja gar nicht ich verliere keine leben mehr ich hoffe ich verliere bald wieder leben sonst heißt es ganz kurz ich freue mich schon sehr auf die aufnahme wo ich mal alles in ruhe kann die ganze hinde und geschichte erst mal zum hätte gewonnen oder ich weiß nicht nicht hauen hallo ausgestellt freunde keine freunde doch freunde das sind wir einige freunde also ich weiß nicht was du nach freunden stehst aber sicherlich greifen wollen okay ich kann wieder schauen bekommen ich kann wieder schauen das ist ich bin wieder ich bin wieder oh wiederbelebung hallo 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 ich bin wieder weg ja 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 obwohl ich habe akzeptiert das ding wie nicht so gefühlt aber ja ich muss ich habe immer ein paar 50 1 5k bei der wie noch immer ich weiß was du stellen muss aber dann klärst du mir nach ok machen schieben gerne ach du ja baby es ist ja schon wieder babys gar kein bock mehr weißt du wie fasziniert ich gerade von den kleinen filmchen war ich dachte ich wusste nächste frage wenn ich ehrlich bin ich weiß es nicht informiert ja aber der typ ist nicht da nicht lang ja warum frage ich mich jetzt ja das ist die frage aber ich weiß warum nur kermol zu kiel kaufen ich habe sie ja okay verstehe ja ja wahrscheinlich alles nur gleich für eine andere hier war es nicht spaß jetzt geht mani 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 ja warte auch da ist noch einer hallo hallo ich habe ich noch mal dass man nicht durch den kopf ist streng gepackt ihr müsst eigentlich nie mehr leben ganz schwierig ob er auch luft bekommen hat weiß ich nicht naja theoretisch nicht praktisch ja wir können uns auch aufteilen das wäre eine sehr schlechte idee aber wenn es jetzt wieder ausgang ist mit dem schwimmen wir werden eh noch mal in diese hülle gehen ok hat das wissen wir sind die momente wo es der wo das tut ja aufhin steigst bist du tot ja ja er ist tot das wasser kompletter natürlich nicht jetzt soll es kann wieder raus danke schön du kannst gern unter schwimmen und wieder wegnehmen nämlich nicht so weit ich weiß hallo hier trinken die hallo so muss ich ja das ist man bietet mich wieder bei dem sie aber lieben wasser getrinken die alle das wusste ich nicht normalerweise wie groß zu werden zumindest mit klein ist das der trinken ja er trinkt sich da ja so ja ja trinkt daran weil wir sind das wasser in der wochen oder angreifen ganz ein skandal ich habe zehn ja bei mir ist doch ein hauber ich habe eine frage ja äh wie viel holz hast du noch äh ich hab da liegt äh ja genau was zehn warte mal woher schauen ist irgendwo ein lager Feuer warte mal ja hier ist sogar eins okay pass die Punkt eins ein ein der das 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 fleisch nicht aufgeben es ist verdorben das naja er liegt bei mir nicht dieses ja das okay ich wollte nur noch sagen dann weiß nicht dass es uns glaubt so äh äh Alter, dieses arme Tier. Nur wie schon mal ist hier mehr Leid für die Monster. Geht so was? Ich müsste halt einer sterben. Ah, ich hab das Essen mitgebracht. Hast du einen Buche da? Äh, also fackeln, oder? Du hast gebraucht. Ja, fackeln. Okay, gut. Da fließt's ja mal voll, oder? Hab ich gehört. Du bist schon voll. Nee, ich bin grad am Verhungern. Ah, ich sag mal was. Machst du was, oder? Äh. Ich glaub, das müsste ich eigentlich kommen. Ähm. Das geht auch um weiter. Ah, ist ein Stöcker cool, das ist gut. Ja, es geht auch weiter. Äh, ja. Medizin ist gut. Oh, wo? Äh. Ah! Sie sind, hä? Ich bin grad erschrocken vor, nein, von diesen Leichen da. Ich hab da nur... Plötzlich komme ich da hängen, Leute. Ah, das ist halbe Leute, oder? Der halbe. Aus dem Tisch, der Metzger-Tisch. Grüße gehen gerade an deinen Vater. Was? Äh, so'n Tisch, so'n Holz-Tisch, weiß ich. Ich hab sie so'n Metzger-Tisch. Und so, grüße gehen gerade an deinen Vater. Da! Ja, mein Vater war früher Metzger, das stimmt. Zweiter Witz dran. Jo. Ich hoff... Ich hoff... Ich hoff... Ich hoff... Ich hoff... Sie sind da. Hä? Older! Sie sind da, hallo? Monster! Äh... Also will ich mir vielleicht mal das Leben retten? Ah, bist du da drüder, hä? Ne, noch nicht. Wo, äh... Wo, äh... Wo wüsst'n? Äh... Wo wüsst'n? Wer sind denn das? Noch einer. Hallo, Brüi! Du kommst, hab ich da alleine. Die sind hier rausgekommen, guck. Da waren die Holzdinger und plötzlich kommen die hier raus. Oh, äh... Ja, steh, äh... Ist da, äh... Tod? Ah, da ist noch ein Pipi, Tod! Stier! Hallo, äh... Oh, Mann, was ist da? Ja, da geht ihr noch weiter... Und da... Oida! Ja, da? Oder... Ich schau mal, was da ist. Äh... Komm mal, äh... Komm mal, komm mal los. Da geht's auch lang. Ja, gehen wir jetzt... Wo ich willst, da oder? Ah! Hä? Komm mal hier rein, guck dir das doch mal an. Äh, hallo? Einfach... Einfach wagen. Äh... Ich geh mal da lang. Hallo? Da ist ein Handy, wo an ist. Theoretisch könnten wir das nehmen werden. Boah. Das drücken wir mal wieder an. Äh... Aber ich hab so's gewinnt, mit keinem... Äh... Au! Oh! Oh! Einfach wagen. Einfach in Akten. Ja, aber er ist nicht schlauer, wenn mir theoretisch jemand... Einfach in Akten. Einfach in Akten. Da, noch in Akten, Mann! LOL! Ich hab so's gewinnt, dass wir hier keinen Empfang haben! Hehehe! Jo... Geh mal da hoch oder da runter. Ich würde eher runter gehen. Äh, bin ich auch dafür, weil... Bin ich auch dafür, ja. Äh... Äh... Wir haben Akten, Leute, hier. Es glaub's können die Anwälte... Glaub's können noch... Ich glaub das sind Anwälte... Glaub's können noch... Glaub's können noch... Glaub's können noch... Glaub's können noch... Glaubt ja niemand... Ich glaube nicht. Äh... Äh... Sind da? Hallo? Äh... Hallo? Äh... Alter, diese Köpfe... Gell, ich bin so erschrocken. Ja, auch, ja. Wenn man mal eine Facecam sehen würde, gell? Wenn die wüssten mich... Äh... Ich bin runtergeflogen, das ist auch ganz runter. Äh... Hallo? Äh... Da liegt einfach ein Skelett. Äh... Da! Da! Ja... Ja, das ist so ein ganzes Skelett nicht. Das ist einfach irgendwie in den Stein gepackt gefühlt. Komm mir vor. Äh... Das Spiel hat schon irgendwas gruseliches, gell? Aber Bugs hat doch! Da war ja eine Bugs, aber das ist total verwöhlt. Es sind so kleine Bugs. Schau mal. Äh... Da, komm mal. Wo geht's da, hallo? Weiß ich nicht. Warum nicht raus? Blöd. Wir waren hier noch nie. Nix. Das stimmt. Äh... Weiß kommen gleich in worauf wir waren. Im komplett vergessenden Weg. Wahrscheinlich. Äh... Ihr sagt, wann es irgendwas zumindest... Nee, oder? Ich weiß es nicht. Äh... Waren wir nicht? Ich glaub, es ist das nicht. Hier ist irgendwo safe. Irgend'n großes Ding. Oh, Feature. Hä? Da ist ein Boot! Ja, bei mir auch. Hier. Da ist auch ein Boot. Ein kleiner Witz. Nein, hier! Ja, bei mir ist auch ein Boot! Da, an die Wand gelehnt. Bei mir. Das ist Farbe. Da. Da. Da, Boot. Einfach Boot. So, ja. Guck mal, die Ränder belaufen. Hä? Hier waren wir doch schon, oder? Hä? Ich kann mich nicht daran erinnern. Nein, aber doch. Es gibt so einen Raum. Ich weiß nicht, ob es ein Doppel gibt, aber hier waren wir irgendwann mal in so einen Raum. Hier ist ein Hinweis. Äh... Auf den Felsen, du weißt schon. Ja. Waren wir schon in die Richtung waren wir schon. Also eine Art Raum, weil... Ja. Ich habe hier irgendwie mit dem Punkt... Ja. Da haben wir mal gekämpft in dem Raum. Und da bin ich ja... Wo es Boden ist. Aber ich weiß nicht, ob das war. Weiß ich mal. Nein. Das hier war es nicht. Ich weiß, was für einen Raum du meinst. Aber... Zweig. Okay, da ist es hoch. Äh... 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 Aber hier keiner ist. Auch merkwürdig, hä? Ja. Wunderlich wirklich sehr stark. Aber ich glaube doch, hä? Es kommt mir sehr bekannt vor. Hier wirklich sehr arber. Stimmt, weil sonst wäre hier ja einer. Aber wer auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir sagen, gehen wir zurück. Und gehen wir den anderen weg. Weil ich glaube, das haben wir schon mal gewesen. Waren? Ja. Weil es ist sehr merkwürdig, dass hier der Mon... Wir haben hier schon mal gekämpft. Das weiß ich noch. Ich glaube nicht, dass ein fast identischer Raum zweimal gibt. Bezweifle ich sehr. Dann konnte ich mich jetzt mal nicht dran erinnern. Tut mir leid. Okay, weil ich wusste, dass er irgendwann... Er hat nicht gekämpft, aber er war in dem Boden in der Mitte. Was habe ich tun? Ich weiß es auch, aber ich dachte, dass es ein anderer... Der hier ist. Äh... Ist ja okay. Man muss gar nichts alles wissen. So, äh... 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 Ich höre schon wieder Babys. Ich auch. Irgendwo oben war dann... Oh, da... Hallo... Waren wir jetzt hier gespielt? Schade, dass da... Schade, dass da... Schade, dass da... Äh... Behoben wurde, dass ich schade wieder bekomme. Oh, wirklich, ja. Äh... 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 Attacke! Äh... 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 Hallo? Äh... 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 Ich weiß, was lange da war, aber... Guck mal, mal abgucken, alles da... Äh... 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 Ich bin echt mit dir. Ich habe das Teil gerade eben nicht gesehen gehabt. Deine Füße sind in meiner Nase. Ist okay, das magst du gern. Äh, nicht? Ja. Äh, hab ich denn... Hallo, gibt's da ein Ende? Oh, Kleider, wir haben jetzt nix. Wir sind da immer dunkel. Hallo? Wix ist da gut dunkel oben. Äh, hallo? Äh, Teddybär, wie lange müssen wir noch? Was sind wir da? Was sind wir da? Was sind wir da? Wir sind jetzt da. Tschüss! Ich hab keine Batterie mehr. Ähm. Oh, äh. Und ich will sagen, wie es weitergeht. Auf die drei. In der nächsten Folge, Leute. Willst du noch was sagen? Das war Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.